Musik In einer Hütte, in einer Hütte zu Bethlehem, da kam ein Stern von oben herab, dann hier. Musik Er blieb ja über der Hütte, über der Hütte stehen und zeigte den drei Königen hier. Wo ist der Weg, wo liegt das Kindlein in der Krippe drin? Musik Wie kommen Sie am schnellsten, hey, dort mal hin? Wo ist der Weg, finden Sie ihn dann auch? Zum Stall, hey, den Weg, hey, mal auf. Musik Kasper, Melchior und Balthasar folgen diesem Stern so wunderbar. Musik Bis zum Stall hinan, dort liegt ein Kind Musik In der Wiege, ja, in der Wiege drin Musik Musik Maria und Josef betrachten ihn als froh Im Herzen sind sie dann glücklich und froh Musik Es ist ein Kindlein Geboren heute dann Musik Es liegt in der Krippe dann In der Krippe dann Musik Der Heiland kam heute auf die Welt in der Nacht Musik Ich und Kühe und so weiter sind aufgewacht Musik Und Maria und Josef dann Musik Und die drei heiligen Könige dann Musik Betrachten wir Musik Zur Weihnachtszeit Musik In der Krippe dann Musik Lieb für sie bereit Musik Ein kleines Himmelswesen Musik Ein Wesen dann Musik Es ist der Heiland heute Geboren für sie dann Musik Ja, der Heiland kam heute auf die Welt Musik Hat sich von oben herab zu uns gesellt Musik Er möchte immer Frieden auf Erden sein Musik Deswegen kam der Heiland Musik Von oben für uns allein Musik Heute in der Nacht zum Mondenschein Musik Musik Der Heiland ist heute Nacht geboren hier Musik Musik Maria und Josef hey Wir begleiten ihn hier Musik Kaspar, Melch und Baldassar haben Geschenke dabei für den Kleinen in der Krippe Hey dann der Mai Musik Und für alle da draußen rückt jetzt näher zusammen Musik Denn es fängt die Weihnachtszeit Die Weihnachtszeit jetzt an Musik Musik So meine Damen und Herren Schöne Weihnachten und schöne Weihnachtsfeiertage und natürlich auch einen guten Rutsch wünscht euch Euer Peter aus Oberfrälden Musik Hmm Musik Musik Musik